ok jetzt richtig okay dann oder was vorsicht rechts 5 60 links 2 spät rechts 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 über kuppe 60 kleine kuppe links 4 vorsicht rechts 2 öffnet über kuppe und schließt bis 3 lang über kuppe über kreuzung gar 40 links 3 rechts 5 links 4 ich senke kuppe 60 links 4 halblatt 40 rechts 4 öffnet ne rechts 4 schließt bis 3 und schließt bis 2 40 links 2 halblatt links 2 40 rechts 2 halblatt links 5 lang über kuppe 40 links 2 über kuppe 60 rechts 3 lachen 40 links 5 über 2 kuppe kleine kuppe 40 rechts links 2 lachen rechts 2 40 kuppe vorsicht links 4 schließt bis 3 rechts 2 40 kuppe vorsicht links 4 schließt bis 3 rechts 5 rechts 2 über kreuzung nicht schnell links 4 nach kreuzung kuppe kleine kuppe 40 links 3 öffnet und schließt 40 rechts 2 schließt links 6 und rechts 3 über kuppe links 6 durch senke rechts 2 über kuppe links 6 durch senke rechts 2 über kuppe öffnet und schließt bis 2 links 2 links 2 lang schließt bis 2 kuppe 80 kuppe kleine kuppe vorsicht rechts 2 halblatt 60 uhr rechts 4 rechts 4 rechts 5 links 3 rechts 5 für links 2 rechts 42 kuppe rechts 4 für links 2 rechts 4 für links 3 rechts 2 öffnet 40 links 4 lange kuppe öffnet, 80 über Welle das heißt nicht wo du bist, ich habe ja rechts 2 gesehen links 4 öffnet bis 2 über Kuppe, nee, schließt bis 3 über Kuppe rechts 4, rechts 45 links 6 über Kuppe noch 30 über 30 links 4 lang 60, links halb über kleine Kuppe, rechts 2 über 40 Kuppe links 4 Kuppe, rechts 6 über Kuppe rechts 6 über Kuppe, rechts 2, was kommt danach? links 4, rechts 6 über Kuppe, links 2 landen, links 2 macht drauf landen, rechts 2 an rechts 2 landen, Kuppe 60 ok, doch was, warte, was stand der vor uns? war alles korrekt ja, aber als nächstes steht bei mir da eine Rechtskurve und das, was eben vor dem Ziel liegt, ist leider eine Linkskurve ich weiß nicht, ob ich hinterher habe oder nicht ist denn eine Rechtskurve? ne, was, was danach kommt, nach dem Ziel weiß ich noch nicht links Kurve ja, aber bei mir steht leider eine Rechtskurve ich weiß nicht, ob ich zurück hinge oder nicht sag an ja, äh, rechts, rechts, ja, rechts 3 langen Kuppe 60 Achtung, rechts 3 schließt bis geht ist das hinter dem Ziel oder ist das vor dem Ziel? Entschuldigung, ich habe, ich habe mir da leider noch nicht die Hälfte eingetragen, deswegen, tut mir leid ach ich gehe nur zurück ich gehe nur zurück ähm, versuchen wir, Vorsicht, rechts, 6 über Kuppe links, links 3 macht auf lang, würde ich dann meinen, ist das nächste ja, ok rechts 3 langen Kuppe 60, das hatte ich vorher falsch angesagt, war wirklich ein bisschen zu weit vorne da hinter uns liegt eine Linkskurve, ja, links 4 Kuppe rechts, vorsicht rechts, 6 über Kuppe rechts, vorsicht rechts, 6 über Kuppe das Ziel ja hm, weiß nicht egal warte wird schon schlimm warte, ne, willst du, ich habe es leider nur digital das ist die Sache wird schon schlimm, was spielt das für eine Rolle warte, 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 wie hieß die Strecke? Ah, ich habe sie in Sprint habe ich mir noch nicht eingetragen, wie schon gesagt ja, Elxion 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 Sprennt und dann steuern Sprennt warte habe ich gleich vor mir ja, Elxion Sprennt wir haben und dann wir haben ja, habe ich vor mir ja, habe ich vor mir ok, dann links 4, in kleine Kuppe und vorsicht rechts, 2 schießt bis 2 40 Kuppel, Achtung, kehre links Öffnet 40, Kuppel Und links 2 lang Rechts 4 lang, schließt Links 6, über Kuppel und kleine Kuppel Rechts 4 über Kuppel Und links 2, rechts 660, rechts 4 Man, man, man Rechts 4 über Kuppel, links 4 Hier, Achtung, kleine Kuppel, Sprung, rechts 6 Rechts 4 über Kuppel, rechts 3 über Kuppel, rechts 3 über Kuppel, rechts 3 über Kuppel, links 4 über Kuppel, links 2, lang über Kuppel Rechts 3, links 5 es ist ich 1 ist 23 40 24 40 6 4 80 4 4 4 4 8 5 5 5 6 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 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 rechts 4 über kleine Kuppe, rechts 5 über kleine Kuppe, links halten, links 5 über kleine Kuppe, links halten, rechts 2, selbstbewusst reden, links 2, der links 2, der Senker öffnet bis 6, nee, warte, 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 fahre ich da vielleicht, vielleicht fahre ich da von was, egal, was ist. Schade, ich habe gehofft, das läuft besser. Ah ja, Mist, ich bin vorhin bei, urtümlicherweise bei Skokralyd gestartet, verflucht. Tut mir leid, Kollege. Die verkehrten Felschnords, na super, passiert. Ne, nur die verkehrte Hälfte. Ja, ich weiß, Mist. Okay, jetzt können wir es hier nochmal machen mit dem Commanderin. Hier geht nix nochmal machen. Ne, ich meine, wir werden jetzt sowieso das nochmal abfahren, da es ja die erste Hälfte von Norris Korka war, wo ich hätte anfangen sollen. Okay, erstmal Wagen. Cambi, keine Ahnung. Es wird mit einem Hälfte von einem BANKEN. Nee, ich weiß nicht, ob ich das probiere. Ja, ich weiß nicht, wie es ist. 11, was das geht auch noch? Oh, das 11 geht auch noch, oder? Ja? Keine Ahnung. mit spanier welche einholen also ich jetzt ist es hier ja okay vorsicht 80 80 senke in rechts 6 40 mittig halten über gruppe 40 60 gruppe sprung sofort links 4 lagen sind 15 40 links 5 über 80 für über gruppe wenn das gruppe 60 um klein und lange gruppe und rechts zwei gruppe links 6 über gruppe 8 rechts 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 über gruppe rechts rechts über kleine gruppe rechts sechs links dreihalm lang hat sich auf einmal ansagen achtung kuppe fleisch links die hat nichts auch ja schon kurz lang links für kuppe halbplatten schließt bis 2 kommt auf 40 achtung links und rechts ja auch links und rechts seit dem recht sechs über kuppe vielleicht sprung 10 über über flachen kuppe links 6 100 links viel gelang über kuppe öffnet schließt rechts reichen schließt lachen 1 und 30 die lange kuppe und über lange kuppe rechts viel blick spät und links sein gespielt ist zweier sagt es muss früher sein wenn das rechts rechts 2 und rechts 2 halb lang 40 links 2 inhalten 40 rechts 4 links viel über kuppe 80 8 und links 5 über kuppe dritten sprung über kuppe 100 2 zum preis verlang und links werden rechts 2 öffnet land 60 und keine kuppe links 4 1 6 lange schließt das 3 über 30 links 2 durch senke nicht schneiden dann rechts 4 links viel auf dem blick rechts 4 links 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 4 rechts 6 über kuppe links halten über lange kuppe und reich und kuppe und rechts und schließt rechts links bis 4 über lange schließt das vier über kuppe welle links wird von kleiner kuppe 100 links 6 links 6 kuppe in kuppe vielleicht sprung 80 über welche rechts 6 vorsicht links 6 über kleine kuppe sprung 1 und über 2 gucken links links 3 aböffnet über kreuze 50 rechts 4 lang kuppe 40 links 3 60 kuppe vielleicht sprung in rechts 4 links 4 links 5 halb lang und vorsicht rechts 2 kurz über kreuzung ja kleine kuppe welle 40 links 8 und links 2 halb lang 60 rechts 5 über kreuzung 40 vorsicht links 3 über kleine kuppe öffnet kreuzung rechts 4 hinhalten 40 über lange kuppe rechts rechts 4 halb lang und links 4 halb lang 60 durch senke und dann ja warte links 5 halb lang über kuppe rechts und 40 rechts 6 über kuppe rechts und 40 rechts 6 über kuppe links 6 über wälder rechts 5 in links 60 links 5 und rechts 3 hängen links 4 links 45 rechts 5 lang ruhig dich was über kuppe schließt bis 3 60 rechts 5 über kuppe vielleicht sprung links 5 bis senke ne 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 Achtung, kehre links, öffnet 40, und Kuppe und links 3 lang in rechts 4 lang, schließt, links 6 über Kuppe und kleine Kuppe, rechts 4 über Kuppe und links 2, rechts 6 in 60, rechts 4 lang. Ja, ja, über, nein, was? Links, ja, über Welle, Achtung, klein, Kuppe, Sprung, rechts 6 über Kuppe, Kuppe, vielleicht Sprung, links 5, rechts 2 über Kuppe, vielleicht Sprung, öffnet's Welle, rechts 5 lang, öffnet, schließt, über Kuppe 40, und rechts 3, links 4 über Kuppe 40, links 2 lang über Kuppe, ja, rechts 3, rechts 4, rechts 4 über Kuppe 60, über Welle, links 5, Kuppe 60, über Kuppe, links 5, Kuppe 60, rechts 5, rechts 2 lang, rechts 5, Kuppe 60, über Kuppe, links 2 über Kuppe, rechts 2, ok, rechts, rechts 2 lang, rechts 2, ok, rechts 6, rechts 6 durchs Enkel, links 3 über Kuppe, und rechts 6, links 2 öffnet 40, rechts 3, einfach nur schließt, rechts 6, links 6, links 5, Kuppe, ja ok ja ok rechts 6 durchsinker links in links 3 über Kuppel und rechts 6 links 2 schließt links 2 öffnet 40 rechts 3 öffnet und schließt kleine Kuppelsprung 60 überkreuzung Achtung rechts 4 kurz rechts halten sofort links 1 links 1 öffnet bis 5 überkreuzung rechts 3 Heimblatt öffnet Kuppel 40 rechts 3 ich such die Kreuzung links 1 überkreuzung ok links 2 lang ich such immer noch die links 1 überkreuzung entschuldigt rechts 2 rechts 2 links 5 60 durch senke Kuppel durch senke Kuppel rechts 5 rechts 5 lang überkreuzung links 2 lang links 2 lang durch senke Kuppel rechts 4 lang über Kuppel links 2 halb Plan 1 rechts 2 plus rechts 3 rechts 3 durch senke Kuppel links 5 rechts 3 hier kreuzung links 2 rechts 3 links 2 lang rechts 3 links 2 lang rechts ah Mist ja Mist soll ich dann die Kreuzung die du vorhin gesucht hast und nicht gefunden hast entfernen weiß ich nicht weil da links 1 öffnet bis 5 vielleicht warst du da auch schon zurückgehangen musst du extrem aufpassen nicht zu weit nach vorne zu geraten bei den vielen Sachen die man ansagen muss und bei der Schnelligkeit ich weiß nicht wie das denn kriege ich meine am Anfang kenne ich ja auch ob das zurück wegen den ganzen Kuppel und und so nein ich dachte eigentlich doch wegen senke rechts halt mit dem Kuppel und so und und du gerät sehr zu weit nach vorne ok dann äh vorsicht rechts 5 60 links 2 spät rechts 5 links 2 spät rechts 5 links 2 halber rechts 4 öffnet über Kuppel Gruppe 60 kleine Kuppel links 4 rechts 4 öffnet über Kuppel rechts 4 öffnet über Kuppel und schließt bis 3 lang über Kuppel über Kreuz um 40 also fern nichts weiter ist wenn man mit die Kurven ganz weniger zu sagen rechts 5 links 4 durch Senke Gruppe 60 links 4 halber 40 rechts 4 schließt bis 3 und fließt bis 2 40 links 2 halber links 2 halber links 2 halber links 2 halber links 4 öffnet über Kuppel links 3 öffnet über Kuppel 1,5 Bleiben über 2 Kumpel, klarer Kumpel 40 Rechts 5 Links 2 lang Rechts 2, 40 Kumpel Vorsicht links, 4 schießt bis 3 Rechts 5 Links 2 schießt bis 3 Rechts 5 Rechts 2 über Kreuzung, nicht schneiden Links 4 nach Kreuzung Kumpel Okay Links 4 nach Kreuzung Kumpel, klarer Kumpel Sprung Krieg sowieso nicht mit Was ist was ist Links 4 schließt, links 3 öffnet du schließt, rechts 3 schließt Links 6 Und rechts 3 über Kreuzung Links 6 durch Senke, rechts 2 über Kreuzung Öffnet du schließt bis 2 Links 3 nach der Schließt bis 2 Über 80 Links 3 schließt bis 2 Truppe 80 über Kleine Kreuzung Ok Gruppe Vorsicht rechts 2 Heimplatten 60 über Bälle Links 4 Rechts 5 Links 3 Kannst nicht drüber immer so schnell nach vorne Links 4 Links 4 Rechts 5 Du musst auch merken, weil ich auch durcheinander bin Links 3 Ok Rechts 2 Geil Links 4 Links 4 lang über Kreuzung, über Kreuzung, rechts Links 4 Links 4 Schließt bis 3 über Kreuzung, rechts 4 Links 4 Schließt bis 3 über Kreuzung, rechts 4 Das habe ich euch schon nix angesagt Links 4 nach der Schließt bis 3 über Kreuzung, rechts 4 Kuppe Vorsicht rechts Links 4 Rechts 4 Links 3 Oder rechts Links 3 Links 3 Macht auf Lang Rechts 3 Lach Kuppe 60 Links 4 Gerecht Habe ich doch gerade gesagt, der sind von durch Rutsch Rechts 4 Versuch Da ist die gehörigen Wesen 4 Links 5 Vorsicht, Welle Senke Links 5 Links 5 Kuppe 60 Links 4 Lach Rechts 5 Ja links 4 Schließt Links 5 und Bälle Rechts 6 Ich denke 6 Umba der sprung 40 links 5 60 rechts vier halbieren die leute der rechts treiber keine kuppe 40 steckt nichts für kreuz und 60 nachdruck rechts bei kuppe 40 kleine kuppe welle links zwei geschenke rechts von kuppe links 3 ich denke kuppe 60 links 4 lang und kuppe 40 rechts 5 über kreuz und schließt bis 3 lang über 2 kuppe rechts 6 links 6 über 80 kuppe links 6 über links 6 80 kuppe vielleicht sprung rechts 6 100 kuppe vielleicht sprung vorsicht rechts 5 vielleicht sprung über kuppe links 4 rechts 4 und kuppe rechts halten über kuppe links 6 40 rechts 3 über kreuz und links 4 rechts 2 geschenke nicht rein 40 nach vorne 60 ja 40 links 3 über ein bisschen lang macht auch lang 60 rechts 4 über 60 über kleine kuppe links 4 lang schießt rechts 2 hin halten auf rechts 5 über kreuz und shit links 4 über kreuz und mit links 3 über kreuz und kreuz und��ale wenn ich mal wiederhole dann musst du mir das nächste nochmal sagen rechts 2 lang eröffnet 40 öffnet links 4 halblatt über gucke und versuch 150 links 4 lang schließt rechts 5 lang mit öffentlichen schießt über gucke eine gerade links halb mit vollgas über gucke strom rechts 45 kuppe rechts 2 halblatt öffnet verläuft über gucke 60 rechts 3 lang und lange kuppe 90 grad rechts 60 kuppe rechts 6 kuppe die ganze seite leicht schreiben den 90 grad 60 kuppe rechts 6 kuppe links 5 halblatt kuppe rechts 5 schließt bis 4 über kuppe kuppe 40 rechts 2 lang links 6 100 über kleine kuppe Welle links 5 4 rechts 4 100 rechts halten über kuppe links 3 kleine kuppe Welle 60 rechts 4 lang rechts 4 lang rechts 4 lang dann kuppe 60 mittig halten über kuppe vielleicht sprung 40 rechts halten über kuppe vielleicht sprung 40 rechts halten über kuppe vielleicht sprung 40 links 6 rechts halten über kleine kuppe Welle bis zu hier ja Mist anstrengend hier mit dem Schnee dazu ja die Sicht ist echt kacke Mist ja zumindest einen Platz aufgestiegen okay jetzt jetzt die zweite Hälfte ist halt Schweden Schweden ist halt nur schwierig okay für Fahrer und Co-Pilot mhm weil für'n Co-Pilot ist sowieso immer schwierig ups mhm ne ich hab glaub'n verkehrt das hier durch links 4 in kleine kuppe vorsicht rechts 3 schließt bis 2 40 kuppe Achtung kehre links öffnet 40 kuppe und links 2 lang in rechts 4 lang schließt links 6 über kuppe wenn das wirklich nur die kurven sind wenn das wirklich nur die kurven sind da wirklich nur in Richtung links 6 über kuppe kleine kuppe rechts 4 über kuppe kannst du das wirklich ganz besser sagen rechts 4 lang 100 über Welle Achtung kleine kuppe Sprung rechts 6 über kuppe vielleicht pro 40 links 5 und Welle sofort rechts 3 über kuppe vielleicht sprung schließt ne er öffnet 60 rechts 5 lang über schließt über kuppe 40 du kannst das kreativsbild ansagen rechts 5 lang schließt über kuppe 40 und rechts 3 links 5 über kuppe 40 links 5 über kuppe 40 links 2 über kuppe rechts 2 links 5 rechts 4 über kleine kuppe 60 über Welle links 5 kuppe 60 über kleine kuppe ber haft 40 links 5 — never rechts 4 rechts 5 über kuppe Ich kann es mit der rechts-fie-France markieren, dass du die früher einsatzst. Rote rechts-fie-France über Kuppe, 40 links-3 lang, 60. Vorsicht rechts-fier. Links-3 lang, 60. Rechts-4 schließt über Kuppe, 40 rechts-4 lang über Kuppe. Links-2-Halblang inhalten, 40 rechts-2 plus, in Bergauf, rechts-2-Halblang. 40 habe ich mag hier dann wird hier 40 links links zwei lange flache kuppel öffnet bis zwei links vier kurz 40 rechts vier halb lang 60 kuppe und rechts zwei gesenke und links 5 rechts 3 40 40 nach rechts 3 öffnet und schließt bis 2 über kuppe rechts 2 öffnet 60 über kuppe sprung bis hier gerade die zwei drei kurven da und die wirst du meinst du für die links zwei über lange flache kuppel weiß ich nicht wenn ich da durcheinander kommen dann weiß ich es nicht mehr ok ja ich warte ja ich bin bereit starten shareplay habe ich entschung ich habe ich sehe es nicht kollege ja ist es eine links oder eine rechts kurve gerade kuppe 60 das ist nicht ich 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 es ich ich es ich 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 glaube da bist du da verkehrt unterwegs rechts 440 Welle ist verkehrt unterwegs links 440 Welle passt links 5 vorsicht Welle senke links 5 über Kuppe ne links 60 links 4 lang über Kuppe 440 links 4 eng rechts 560 links 5 und Welle rechts 6 durch 6 rechts 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 verkehrt was hast du denn gerade zweite Hälfte Ranz für Seta dachte ich jetzt rechts rechts links links vorsicht rechts links 5 über Kreuzung schießt bis 3 lang über 2 Kuppe rechts 6 links 680 Kuppe vielleicht Sprung rechts rechts links 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 46 jungen ich hab's nicht mehr gefragt ich hab's nicht verstanden links 4 rechts 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 links rechts 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 links 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 rechts rechts links mit vollgas rechts links hex rechts rechts links rechts links links rechts 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 das ist das ist 2 6 5 5 5 3 3 3 60 4 40 Welle, rechts viel lang Wenn ich halten über Kuppe, vielleicht Sprung 40, links halten über Kuppe 40, links 6, rechts halten über Kuppe Welle Links halten über Kuppe Welle Links halten über Kuppe Ah Mist Ah Mist, ja Wanns die verkehrten? Ja, ich hatte gedacht 2. Hälfte 2. Hälfte Ransbilseta Aber es war 1. Hälfte Noras Koga, also ja Mist Jetzt erst die Sache Gut, dass ich lieber nach meinem Blick gefahren bin